Was macht sie so sicher, dass man durch eine Impfung den Körper schädigt? Was mich sicher macht, das ist mein klarer Menschenverstand, das ist mein inneres, das ist mein intuitives Gefühl. Ich bin frisch geimpft, laufe aus der Klinik wie ein Kind, Hirnthrombose-Risiko ist sehr gering, Linke Körper, Hälfte schmerzt aber nicht schlimm, in paar Tagen spüre ich davon nichts mehr, ich bin geimpft. Trag die Maske provisorisch unterm Kinn, ich genieße Privilegien wie ein Prinz, such mir ein Urlaubsziel aus und flieg einfach hin, hab vor Ort ein One-Night-Stand und zeug ein deformiertes Kind. Gott sei Dank nahm meine Mom kein Kontergan, denn der Hausarzt jagt mir die Nadel in den Arm. Fühl mich wie ne Voodoo-Puppe, denn ich werd gepikst, doch bin nur ne Marionette von der Pharma-Industrie. Ich sag zum Doc, gib mir den Stoff und er gibt mir den Stoff, krieg elektronische Post vom Verwandten mit Links für nen Pferdenker-Block. Habe die Spritze bekommen und danach die E-Mail-Adresse geblockt, Schätze beim nächsten Familientreffen gibt's deswegen heftigen Zoff. Dafür hab ich Privilegien, ich kann mich bewegen, jogge ohne Maske durch ne Intensivstation in Schweden. Esoteriker wollen mir was erzählen, ohne die Abstandsregeln zu beachten. Fuck it, lass sie reden, denn... Ich bin frisch geimpft, laufe aus der Klinik wie ein King, Hirn-Thrombose-Risiko ist sehr gering. Linke Körper, Hälfte schmerzt aber nicht schlimm, in paar Tagen spüre ich davon nicht mehr. Ich bin geimpft, trat die Maske provisorisch unterm Kinn. Ich genieße Privilegien wie ein Prinz, such mir ein Urlaubsziel aus und flieg einfach hin. Hab vor Ort ein One-Night-Stand und zeug ein deformiertes Kind. Ich habe den Bill Gates-Mikrochip in meinem Genick. Bin nicht schwul, doch er hat mir seine Ladung reingespritzt. Deshalb wird mein Erstgeborenes wohl ein Autist. Ich verscherwels an einen reichen Satanist. Joe Biden schreibt mir auf Insta, bin eingeladen zur Bilder. Wer konferenz und trinkt da, das Blut misshandelter Kinder. Ein Liter Adrenochrom aufs Haus mit gültigem Impfpass. Komm überall rein damit, außer in die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Ich beschmeiß ein Impfgegner mit AstraZeneca. Und danach können wir vernünftig reden, denn er hat dann Asperger. Ich geh entspannt einheben mit lockeren Abstandsregeln. Und du kriegst Langzeitschäden und noch mehr Ausgangssperren. Ich bin frisch geimpft, laufe aus der Klinik wie ein King. Hirn-Thrombose-Risiko ist sehr gering. Linke Körper, Hälfte schmerzt aber nicht schlimm. In ein paar Tagen spüre ich davon nichts mehr, ich bin geimpft. Mein Handy, mein Tablet, meine Smartwatch, mein Computer, mein Fernseher, mein Auto, mein Kühlschrank, meine Paybackkarte, meine Mastercard, mein Führerschein, mein Ausweis, aber mein Körper nicht. Mein Bild, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ich bin untermauker, mein Herz, mein Herz, mein Herz, aber mein Herz.